Sieben wichtige finanzielle Änderungen für Rentner im Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2024 steht kurz vor der Tür. Damit wieder auch Änderungen in Gesetzen und Verordnungen, diese nicht nur sozusagen im Allgemeinen Auswirkungen haben können, sondern auch Auswirkungen auf den Geldbeutel unserer vielen Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland haben können. In diesem kleinen Video hier mal sieben wichtige Änderungen, die Sie möglicherweise im Jahr 2024 finanziell treffen könnten. Es gibt sicher für den einen oder anderen auch noch andere wichtige Änderungen, aber wir haben aus unserer Sicht, aus meiner Sicht die sieben wichtigsten erst einmal zusammengefasst. Das sind Änderungen, die den Bereich des Steuer-, des Sozial- und des Rentenrechts betreffen. Kurz noch eins vorangestellt, bevor ich in die Änderungen reingehe. Das Bundesverfassungsgericht hat ja den Bundeshaushalt zum Teil für verfassungswidrig erklärt. Es fehlen im Bundeshaushalt mit Stand 13. Dezember 2023 bis zu 60 Milliarden Euro. Das kann natürlich Auswirkungen auf das haben, was wir hier in diesem Video auch schon mal anteasern und Ihnen vorbereitet haben. Die Bundesregierung hat es ja bis zum 13.12.2023 nicht geschafft, einen Haushalt für das Jahr 2024 vorzulegen, sodass wir, was die Haushaltslage für das Jahr 2024 anbetrifft, für Rentnerinnen und Rentner noch keine Prognosen abstellen können. Wenn sich da irgendetwas ändern sollte, was Auswirkungen auf die Finanzlage, auf die allgemeine Finanzlage von Rentnerinnen und Rentner im Jahr 2024 haben sollte, werden wir natürlich berichten. Und jetzt, der Vorrede genug, jetzt starten wir sozusagen in die Änderungen rein. Ich habe eine kleine Übersicht vorbereitet. Dann geht es los, meine Damen und Herren. Oh, es war ein bisschen zu viel des Guten. Erste Änderung, der steuerliche Grundfreibetrag, das Existenzminimum, steigt im Jahr 2024 von 10.908 Euro auf 11.604 Euro im Jahr 2024. Der Grundfreibetrag ist, wie ich es gesagt habe, das steuerliche Existenzminimum. Haben Sie ein zu versteuerndes Einkommen bis 11.604 Euro im Jahr 2004, müssen Sie hierauf keine Einkommenssteuern zahlen. Das betrifft das Gesamteinkommen. Erst wenn Sie mit einem Euro über dieser Grenze liegen, fallen Einkommenssteuern an. In der aktuellen Planung der Bundesregierung soll eigentlich dieser Grundfreibetrag sogar noch stärker steigen, und zwar auf 11.784 Euro. Aber da ist aus heutiger Sicht 13.12.2023 noch nichts beschlossen. Die zweite Änderung, der Höchstbetrag für die Absetzbarkeit von Altersvorsorgeaufwendungen steigt im Jahr 2024 auf 27.669 Euro. Im Jahr 2023 sind es noch 26.528 Euro, die Sie steuerlich zu 100% absetzen können, wenn Sie Altersvorsorgeaufwendungen steuerlich geltend machen in Ihrer Einkommenssteuererklärung. Altersvorsorgeaufwendungen sind solche wie zum Beispiel der Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung, freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, die Rüro-Beiträge. Und bitte auch nicht vergessen, die Extrabeträge für den Ausgleich einer Rentenminderung fallen hier auch runter. Meine Damen und Herren, bitte nicht vergessen, seit dem 1. Januar 2023 können wir diese Beiträge, diese Altersvorsorgeaufwendung als Sonderausgaben bis maximal Höchstbetrag, der für das jeweilige Jahr gilt, im Jahr 2024 27.269 Euro steuerlich geltend machen. Meine Damen und Herren, die dritte Änderung, die uns möglicherweise schon ab 1. Januar dann ganz massiv tritt, die Mehrwertsteuer steigt in der Gastronomie 2024 von 7 auf 19%. Das ist sozusagen beschlossene Sache. Die Übergangsregelung, Corona-bedingte Übergangsregelung der Absenkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% läuft in der Nacht vom 31.12., Silvesternacht 31.12.2023 zum 1. Januar 2024 aus. Ab dem 1. Januar 2024 wird es in der Gastronomie für bestimmte Leistungen 19% Mehrwertsteuer geben. Das heißt also, Essen und Trinken, was in der Gaststätte serviert wird, kann gegebenenfalls teurer werden. Wir müssen abwarten, ob die Preiserhöhungen weitergereicht werden. Ich bin der Meinung, die Gastronomie hat schon in den letzten zwei Jahren deutliche Preiserhöhungen durchgeführt. Das hängt aber auch mit den gestiegenen Lohn- und Energiekosten zusammen. Aber warten wir ab, was im Januar da auf uns zukommt. Die vierte Änderung, meine Damen und Herren, betrifft Erwerbsminderungsrenten und hinterbliebenen Renten. Die Zurechnungszeit verlängert sich. Die Zurechnungszeit ist eine extrem wichtige rentenrechtliche Zeit. Für diese Zurechnungszeit gibt es Entgeltpunkte als sogenannte beitragsfreie Zeiten, Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten und beginnt eine EM-Rente oder eine EM-Rente zum Beispiel im Jahr 2024, steigt, wird die Zurechnungszeit oder endet die Zurechnungszeit mit Vollendung des 66. Lebensjahres und ein Kalendermonat. Das heißt also, man berechnet die Zurechnungszeit genau bis zu diesem Zeitpunkt, wenn die EM-Rente im Jahr 2024 beginnt oder der Tod des Versicherten in diesem Jahr eintritt. Wichtig auch für die hinterbliebenen Renten. Auch bei hinterbliebenen Renten gibt es eine Zurechnungszeit. Meine Damen und Herren, die fünfte Änderung und das ist wirklich eine böse Änderung, und zwar das vorläufige Durchschnittsentgelt steigt im Jahr 2024 auf 45.358 Euro. Im Jahr 2023 lagen wir noch bei 43.142 Euro und im Jahr 2022 beträgt das aktuell immer noch vorläufige Durchschnittsentgelt 38.901 Euro. Was will ich damit sagen? Dieser Anstieg führt dazu, dass Sie deutlich mehr Bruttoentgelt verdienen müssen, um einen Entgeltpunkt für die Rente zu bekommen. Ein Entgeltpunkt bedeutet nach aktuellem Rentenwert eine monatliche Rente von 37,60 Euro. Das heißt also, Sie müssen im Jahr 2024 wenigstens 45.358 Euro brutto verdienen, um ein Entgelt zu bekommen. Im Jahr 2022 waren das noch 38.901 Euro. Das heißt also, hier ist schon ein gewaltiger Sprung nach oben erfolgt. Die zweite Problematik ist, wir haben es jetzt mit einer erheblichen Verteuerung der sogenannten Entgeltpunkte oder Zusatzentgeltpunkte für den Ausgleich einer Rentenminderung zu tun. Wer im Jahr 2023 für einen Entgeltpunkt eine Rentenminderung durch extra Beiträge, die er in die Rentenkasse einzahlt, ausgleichen will, muss im Jahr 2023 8.024,41 Euro dafür zahlen. Im Jahr 2024 sind es dann schon 8.436 Euro und 59 Cent. Meine Damen und Herren, wie komme ich auf diesen Betrag? Das ist ganz einfach. Sie nehmen die 45.358 Euro und dividieren das durch 18,6 Prozent oder vervielfältigen das mit dem Faktor 18,6 Prozent. Und dann kommen sie genau auf diese 8.436 Euro und 59 Cent. Das heißt also, das wird dann auch für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentenminderungsausgleich betreiben wollen, vor Beginn einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen, dann deutlich teurer werden. Sechste Änderung. Der Mindestbeitrag für die freiwilligen Beiträge in der gesetzlichen Rente steigt im Jahr 2024 auf monatlich 100,07 Euro. Im Jahr 2023 waren es noch 96,72 Euro, die man als monatlichen Mindestbeitrag in der freiwilligen Versicherung in der GRV bezahlen musste. Gleichsam steigen auch die monatlichen Höchstbeiträge. Das heißt also, im Jahr 2024 muss man dann schon 1.404,30 Euro für den maximalen Höchstbeitrag in der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rente zahlen. Das ist ein Anstieg um fast 50 Euro gegenüber dem Jahr 2023. Meine Damen und Herren, wer im Jahr 2023 noch freiwillige Beiträge zahlen möchte, sollte das jetzt im Dezember tun, Antrag stellen und jetzt noch zahlen. Wer die freiwilligen Beiträge jetzt beantragt und dann erst im Februar zahlt für das Jahr 2023, muss dann schon die teureren Beiträge zahlen. Last but not least die siebte, aus meiner Sicht auch sehr wichtige Änderung, die Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten steigen 2024 auf neue Werte. Meine Damen und Herren, seit dem 1. Januar 2023 haben wir eine dynamisierte Hinzuverdienstgrenze in dem gesetzlichen Rentenrecht. § 96a SGB VI verweist auf diese neuen Regelungen und zwar hängt das mit der neuen dynamisierten oder mit der neuen Bezugsgröße zusammen, die für das Jahr 2024 gilt. Ändert sich die Bezugsgröße, ändern sich grundsätzlich die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Das nur so kurz als Einleitung dafür. Was bedeutet das? Bei einer Rente wegen teilweise Erwerbsminderung steigt die Mindesthinzuverdienstgrenze im Jahr 2024 auf 37.117,50 Euro. Das heißt, das ist der Jahresbruttobetrag, den Sie im Jahr 2024 bei Bezug einer teilweise Erwerbsminderungsrente mindestens verdienen können, anrechnungsfrei. Natürlich gibt es auch noch einen individuellen Hinzuverdienstfreibetrag bei dieser speziellen Rentenart, aber den muss man dann in Ihrem Fall auf jeden Fall ausrechnen. Ist dieser Betrag, den man da ausrechnet, niedriger als diese Mindesthinzuverdienstgrenze von 37.117,50 Euro, dann gilt für Sie definitiv immer die Mindesthinzuverdienstgrenze. Bei der Rente wegen voller Erwerbsminderung steigt der Bruttojahresverdienst, der anrechnungsfrei ist, auf 18.558,75 Euro. Das hatten wir auch schon mal in einem früheren Video bekannt gegeben. Meine Damen und Herren, das sind alles Bruttoverdienste, die dann entsprechend als Jahresverdienst anrechnungsfrei auf die volle EM-Rente sind. Alles, was über diesen Bruttojahresverdienst verdient wird, wird dann zu 40% an die EM-Rente angerechnet. Meine Damen und Herren, es gibt den sogenannten Hinzuverdienstdeckel nicht mehr. Das sind alles recht positive Entwicklungen. Ja, was kann ich noch so sagen? Es gibt sicherlich noch viele, viele andere Änderungen, die sich im Jahr 2024 finanziell auf Sie auswirken können. Das könnten zum Beispiel sein die Änderung der Geringfügigkeitsgrenze, also Minijob geht auf 538 Euro hoch. Die Erhöhung der Einkommensfreigrenzen bei der Grundrente, die Änderung der Bezugsgröße und damit auch die Erhöhung des anrechnungsfreien Einkommens in der kostenfreien Familienversicherung. Die Erhöhung des Zusatzbeitrags in der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja auch ein ganz großer Aufreger für viele Rentnerinnen und Rentner. Gibt es dann ab dem entsprechenden Beginn dieser Regelung eine Verringerung der Netto-Monatsrente, also des Auszahlbetrages. Und wir warten noch auf die Entscheidung, wie hoch die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 ausfallen wird. Da wird uns Hubertus Heil definitiv Ende März 2024 dann die Zahlen vorlegen. Und vergessen Sie bitte auch nicht, dass die EM-Bestandsrentner 3 Millionen sind, dass am 1.7.2024 da auch nochmal einen Zuschlag an Extra-Rente bis zu 7,5 Prozent mehr bekommen können. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Das war mein Ausblick auf die kommenden Änderungen in den Finanzen für Rentnerinnen und Rentnerinnen im Jahr 2024. Ob und wie diese Änderungen tatsächlich sich für Sie im Einzelnen dann auswirken, können wir natürlich nicht sagen. Aber wir hoffen natürlich für Sie das Beste, dass Sie alle unter dem Strich im Jahr 2024 wirklich mehr Geld in Ihrem Geldbeutel, in Ihrer Geldbörse haben werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und auf unseren Ratgeber, den wir hierzu extra für Sie in Kürze veröffentlichen werden. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.